ja hallo herzlich willkommen wieder auf meinem kanal heute wollen wir uns hier wieder ein bisschen begeistern für flugmodelle und ja bleibt dran ich habe hier wieder ein visio mitgebracht fangen wir uns erstmal wieder auf hier akku ist ein neuer drin spaßelkarte habe ich auch mit drin dann kann man eigentlich schon anschalten die fernbedingungen anschalten dann packe ich einfach mal das handy drauf hier so hat es schon verbunden hier dann habe ich noch einen kleber dran zum schutz jetzt gehe ich hier auf die app und gehe auf play und da habe ich hier schon das bild ich hoffe ihr könnt es sehen ich weiß nicht ob er auf der karte aufnimmt aber weil das blinkt dann geht es los so so Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss.